Wir befinden uns hier im olympischen Training des Gummistiefelweitwurfs in Heinzpark in Hamburg-Eppendorf in Germany. Und ich frage doch gleich mal hier einen Kandidaten, Lu Richter. Das ist einer, der es wirklich raus hat. Lu Richter, wie funktioniert das Ganze? Hier ist die Kamera. Lu Richter, wie läuft das mit dem Gummistiefelweitwurf? Wie läuft das mit dem Gummistiefelweitwurf? Man nimmt einen Gummistiefel und wirft ihn und zwar möglichst weit. Aber doch nicht so einfach. Nee, es ist eine hochgradig komplexe Technik, die im Grunde genommen mit Quantenphysik und anderen schwierigen Angelegenheiten vergleichbar ist. Wir nehmen uns mal ein. Du kannst es nicht lernen. Wie muss ich den greifen? Du greifst einfach den Stiefel so, dass die Hacke nach vorne zeigt. Dann nimmst du Anlauf, drehst dich und schleuderst, was das Zeug hält. Und das Zeug hält viel. Das ist der Hammer. Und wir gucken uns das an bei Talk.Lu Richter. Mahlzeit.